so leute was geht ab netro ist wieder am start er ist weg er war nicht lange weg ja der wichtige wichtige infos jetzt noch mal kurz und knapp zusammengefasst zum soloturnier was ja heute stattfinden wird gestern hatten wir wie einige wissen dass du turnier wo schon ein paar leute mitgemacht haben und heute werden wir das ganze im solo machen ja freunde es wird um 15 uhr losgehen wir werden insgesamt zehn runden spielen und zwischendurch wird es auch wieder eine pause geben mit einer stunde also wird es so ungefähr von von 15 bis ungefähr 21 uhr gehen also schreibt euch das schon mal auf 15 uhr geht es los wie kann man mitmachen und zwar sage ich jetzt hier im vorhinein dass ihr einfach kasten games also bei wir machen kasten ist natürlich gibt einfach den code ein im solo und zwar ist der code netro alles klein geschrieben n e t r o alles klein geschrieben falls sich was am code ändert lade ich ein video auf youtube hoch und ich lade auch nach jeder runde die standings auf youtube hoch das bedeutet lasst auf jeden fall youtube neben euch offen und wenn irgendwas wichtiges ist dann lade ich das alles auf youtube hoch also ganz ganz wichtig auf jeden fall ab und zu mal nachschauen und ja wie gesagt zehn runden 15 uhr geht es los ja dann würde ich sagen das war es auch schon wenn es noch was wichtiges gibt dann wie gesagt melde ich mich auf youtube und dann würde ich sagen viel spaß jeder kann mitmachen ob er sich jetzt angemeldet hat oder nicht gibt einfach den code ein ich trage euch dann in die liste ein und ja jeder kann mitmachen 15 uhr geht es los code netro alles klein geschrieben als preis geld ganz wichtig auch noch als preis geld machen wir vielleicht müssen wir mal schauen dass wir den kanal den youtube kanal von dem gewinner pushen ja haben wir uns überlegt vielleicht pushen wir den youtube kanal mal schauen also auf jeden fall bis später ich freue mich habe mega bock bis später